So meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Grand Theft Auto 5 mit meiner Wenigkeit. So, jetzt sind wir in der mittleren Preiskategorie. Helfer Laser, wie du abgehst. Ja, ich glaube auch. Habt ihr irgendwas besonderes noch hier oder Jacken ist euch für den Arsch. Bleib mal bauten die Hülsen oder so. Ah ja, ja. Ah, selbst Jogginghülsen, ne danke. Ist das jetzt hier Jeans? Wird aber nicht so schwer sein, mal hier so eine kurze Hülse zu finden, oder? Ist das so schwer? Keine Brille, schwarze Brokerbrille. Ne, sieht scheiße aus, schwarze Pilotebrille, ja. Da sieht gut aus, danke. Ähm, habt ihr hier mal irgendwie kurze Hülsen, oder? Gibt's das bei euch nicht, das ist... Ach, am Arsch, ganz ehrlich. Dann zeige ich mir deine Jeanshülsen. Danke. Äh, das kann man mich jetzt immer noch schleppen, das ist immer zu doof. Ja, ich hoffe... Verwenden mich jetzt hier nicht alles durch, wir können ja mal kurz ins Internet gehen. Und ja, bei diesem Legendary Motorsport. Ah, doch, die gibt's sogar. Kann man sich kaufen? Man kann sich sogar die normalen Fahrer... Ach, okay, verstehe. Ich dachte, das wäre nur ein Multiplayer möglich. Ähm, ja, tolle Fahrzeuge. Die sind natürlich auch nicht schlecht. Na, das sieht schon nicht schlecht aus. Das ist jetzt zwar nicht nur die Innovation, hier, hier, da sind die Flitzer. Ach, wir kennen es ja mittlerweile aus, ein Multiplayer. Multiplayer, ne, wie man so schön sagt. Äh, können wir das ja nicht mittlerweile. Ach, ich weiß auch nicht so. Pendel, Metal, das ist jetzt hier. Gürf, da ist das Fahrrad und Werk, glücklich. Äh, dock hier, dock an und hab Spaß. Andocken. Äh, alles für den... 3 Millionen, immerhin. Ja, alles für den... Ja, möchte gern. Das Legendary Schießmischdott. Da haben wir hier unser Lambo. Immer so ein Mercedes-Verschnitt. Ist aber im Vergleich zum Multiplayer auch gekürzt hier drin. Und hier haben wir halt... Äh, die Dinger, aber ganz ehrlich, äh... Wo haben wir es denn hier? San Andreas Schießmischdott. Das Ding hat was. Das hätte ich gern in schwarz kaufen. Wir können das Fahrzeug nirgendswo unterbringen. Nicht gekauft. Brauchst du mir auch ein eigenes Mobil hier oder was? Was ist denn mein Unterschlupf? So, checken wir auch mal kurz unseren Unterschlupf ab und dann machen wir auch hier mit der Story kann man hier weiter. Da. Oder wenn du... Gehen wir nochmal fix in den Friseur, je nachdem. Eine Waschanlage. Sehr interessant. Dieser gehört nicht in die Wasch... Autowaschanlage. Aber wohin geht's denn dann? Handpflege poliert oder was? So, dann erstmal wieder hier zurück ins Ghetto. Und hier geht's. Trouble, Trouble, wie das aussieht. Schon mal diese Cracknütte? Ach nee. Was hat denn hier in der Karadonne stehen? Ja nicht, das ist in einer kann das Scheißding nicht liefern. Outfits. Ah ja. Gefällt mir gar nicht. Denkt ob es Oberteile. Das ist doch Freizeitjaggen, es ist Brillen, Hüte. Das ist mein Arsch. Kapuzenpullover. Weh, wäre es einfach mal mit nichts. Einfach mal mit nichts. Hat das schon mal geändert hier. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber wie kann man nichts machen? Kamera bewegen, auswählen. Das ist ja so. Alle Outfits die hier vorgeschrieben sind, das ist ja schön. Und Krawatten. Da haben wir Gott sei Dank nichts. Hätte mich jetzt auch sehr stark gewundert. Keine Brille zum Beispiel. Das wäre ja so das Einfachste. Wenn ich jetzt hier bei Tanktops hingehe. Ja. Oder bei Oberteile. Ich kann ja hier Oberteile. Ja. Ich kann ja hier keine Oberteile. Kann ich ja nicht auswählen. Das ist ja hier so mehr oder minder grad die Scheiße. Wie kann ich den hier ausziehen? Willst du mich verarschen oder was? Das wär's blöde. Alter, wie geht denn das? Einfach mal nichts anziehen. Das hat doch. Das funktioniert doch im Singleplayer genauso. Warum funktioniert das hier nicht? Äh Multiplayer genauso. Warum funktioniert das hier nicht? Ich versteh's nicht. Einfach mal nichts. Ach, das ist... Alter, die Fresse. Weile crack not to. Discount Store. Tag. Discount Store ist doch das Gleiche in Grün. wie wie dieser pico scheiß halt nur einer oder pico pico war das doch damals diese billig klamotten ich weiß einfach mal mit nicht hätten sie mal nicht ja das gibt es doch gar nicht schurz am arsch wir lassen einfach mal mit nichts ich habe keine ahnung wie ich das im multiplayer gemacht habe wenn ich ehrlich bin aber ich könnte was auswählen und konnte einfach nackt rumlaufen das geht ja aber anscheinend hier nicht das richtet mich gerade relativ auf vielleicht geht es auch absolut gar nicht ich schwende gerade die wunderbare zeit das kann natürlich auch sein nein ich hätte gern keine schuhe ist doch zum kotzen also haben sie es dürfen sie das im single player nicht im multiplayer dürfen sie es oder was das ist doch abfackst du was ja leid zwei jene frisse gut da das sowieso bloß die freak mission sind zurück zu trevor wir haben franklin wenigstens mal ein bisschen ausgestattet die familie dann schauen wir uns mal die familie an auf jeden Fall sehr viele fragezeichen jetzt kommen wir erstmal auf familie wie gesagt irgendwie ist so nackt hier nicht möglich momentan vielleicht werden wir es noch rausfinden beziehungsweise man spätestens der nächsten aufnahme season werden wir es dann wissen aber wir gehen michael besuchen cool aber michael hätte man vielleicht auch noch äh trevor hätte man vielleicht auch noch ein bild eingeleiten können aber egal mach mal jetzt mal Du bist, du kleine Scheiße. Du willst du das? Sehr lustig. Du bist ein echtes Scheiße. Was hast du gerade gesagt? Stop! Du, du, du verletzt mein fucking Yoga! Niemand sagt Yoga? Trevor? Michael. Hey. Es gut zu sehen, Mann. Ja, ich glaube es ist. Natürlich, ich bin nicht derjenige, der wurde... ...resurrackiert. Das ist nicht das, Mann. Ja, ich bin in ein bisschen eine gewisse Situation. Du sagst mir, Mann. Ja. Eine dieser... ...fake dein eigenes Todes mit deinem Lieben. Und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... in einer großen Maschinen, wunderschöne Situation. Das ist eine Art von mir zu sehen. Ja, hast du andere Art von mir zu sehen? Denn ich bin aus. Das war lange vor, Mann. Ich bin in Wirtens-Protektion. Ich bin noch immer. Das ist großartig. Das ist großartig. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo sind meine Manners? Amanda, es ist gut zu sehen. Ich liebe dich. Du warst fatter. Du warst noch neue Tits. Jimmy, du warst du warst. Aber ich kann dich nicht verraten. Wer bist du? Namaste. Ich bin Fabian. Ah, Gott, Gott. Wo ist Tracy? Wo ist deine Frau, Jim? Sie ist... Sie ist... Sie ist... Sie ist... Sie ist für TV. Sie ist was? Sie ist für Fame oder Shame. Fame oder Shame? The fuck are you talking about? You know, es ist das Talent-Skills-Show. Sie lieben sie, ihr wisst das. Was ist sie? Sie ist ein Talent. Dancing. Oh Christ, sie ist ein Horrible Dancer. Michael! Sie vielleicht nicht mit dir. Jesus Christ, was? Jetzt? Jetzt? Woher? Um... Die Maze Bank Arena. Ah, Tracey being humiliated. Let's go. We go get her. We? Ja, we. Ja, we. Was, are you going to stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now, let's go. Come on. Alright. Begib dich zur Arena. Ha, schöne Seite. You know, I can probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, catch up properly. I'm good, Homie. She's my daughter, I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family? Fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah. You're a model husband and a wonderful parent. You can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss. You got blood under your nails and you look like you've been up for what? A week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor mother fucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh. I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So, where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but... Well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry. Alright. I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Haha. Yes sirree. Yo, yo, yo. Na, dann wollen wir mal unsere Schnepfe, äh, oder Tochter, je nachdem wie man's bezeichnen will. Mal von diesen, ich nenn's mal DSDS Abklatsch befreuen. Oder Supra-Talent-Abklatsch ist ja eher so ein Supra-Talent-Verarscher. Bevor sie sich hier zum Deppen der Nation macht. Oder zum Deppen der Vereinigten Staaten. Bei uns ist es ja Deutschland. This is gotta be it. The Maze Bank. Let's go in. You idiot! Fick dich. Ah, egal. Showtime, Kids! You can't park there! Produktion-Vehicles only! No Fragen? Dann gehen wir mal rein. Fame, Home of Pants. Dann gehen wir mal, du Dipschit. Ah, das Host, Mann. Er ist wie ein Closet-TV-Presenter. Bitter-ass-fuckin-Vinegar. Und woher die sind sie? Hallo, Herr. Kann ich bitte nennen Sie? Woher die ist Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta-Fuck? Scheiße das! Woher die ist Laszlo? Es geht nicht. 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 All right! Yeah! Das war wirklich... Really gut. All right! Es ist die Audition's Fame or Shame Season 14 right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, es Tracy DeSanta. Judges! Tracy DeSanta! Yes. Hi! All right! Tracy is a dancer, aber sie auch mag acting, modeling, und arbeiten mit Kindern. Das ist... Das ist schön. Du bist so original. Du bist so original. Like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Wow! Great! Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill. Make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one... All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night You wouldn't make love to me You went fast asleep You wouldn't even talk to me You wouldn't even talk to me Shake what your daddy's gave you, honey Say I'm so crazy Oh! That's a step of 20 in this. Oh! 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 I said that's enough! Oh! Oh! I said that's enough! Oh! Hey! I got security! Security! What did you fucking say? Come on! Come on! Nooo! Fuck! Oh! Come here you little shit! Nooo! Go home! Right now Tracy! Hey you little prick! Ah-oo! Knockouts minted Mahlzeit He appoints They took on our journey We take on theyifying truck Get in the truck Michael Yo-o! What are you doing doing? Oh, what are you doing? What did you do? I got to carry it on that truck Oh... See gums We're running that prick down. Look, he went left. Oh, you see him? How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise the daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Yeah, thanks for the fucking feedback. All right, look, nothing up to go then. No one's getting in the way of the big rig. We'll flatten this dickbag. Fucking Laszlo. I knew he was an asshole. So. Yeah, 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 yeah. Just kidding, we need to go first. I'm going to go first. I'm going to go first. Look at him. He's on the train tracks. Dein Ernst? In other words, I'm going to ask myself what they did here. We're going to have a little fun with it. Well, let's not try to kill this prick, all right? When we crush his little toy car, who knows what'll happen to him. He took a lap. I knew this city would be full of douchebags. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. He took a right. Man, we're going to kill the carcass in the middle. Man, we'll get the carcass out when it's going. Man, we're going to have a little becked. Man, you can't get enough of the celebrities, can't you? Man, you're going to have a seat. Man, you're going to have a seat. Wir holen ihn! Wir holen ihn! Aber wir haben sicher noch Zeit über ihn! Aha! Er geht nach dem L.S. Ich kann das sehen! Ich liebe diesen Kloset-Mann-Hör auf der TV! Ich liebe ihn auf der Radio! Ich liebe ihn noch mehr in person! Er war niemals lustig! Ich liebe ihn! Ah! Ich habe ein paar Kloset-Mann-Hör auf der L.S. Ich habe viele Kloset-Mann-Hör auf der L.S. Ich bin ein Schmerz, okay? Und ich habe verlämpelt. Ich kann nicht aufhören, Mann. Ich habe es in der Nähe! Was ist dein Kloset? Ich meine, außerhalb von Liebe und Sex? Du hast nicht gesehen, meine Show? Es ist nicht live, es ist nicht lustig. Das ist mein Genie. Ich habe keine Kloset-Mann. Die Kloset-Mann. Okay. Hier geht's. Okay. What are you doing? Ich will dich zu spät, Sechster. Ich brauche Musik, oder? Du versuchst mich zu spät, oder? Ich will spät. Gut. Okay. Okay. Jetzt schau mal wie es ist, okay? Ich will dich gut und zu spät. Komm her! Bist du! Bist du! Komm her! Oh! Bitte nicht mich, okay? Ich muss mich auf einem Magazin-Mann-Hör auf der nächsten Woche. Okay, komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Bevor ich meine Gedanken! Ich habe alles auf meine Kamera, du scheiße Scheiße! Der Welt wird sehen, deine Scheiße! Ich gehe nach Hause. Wie warst du das ohne mich, für neige Jahre? Oh, Scheiße. Dave! Wir brauchen zu sprechen. Ich wollte dir das gleiche erzählen. Okay. Ich habe mich im GALILEO-Observatorium, so schnell wie du da kannst. Okay. Jo, meine Freunde, und damit sind wir auch für diesen Parten fertig. Ich danke fürs Zuschauen und jo, bis denne, hau da renne. Tschü-tü-tü-tü-tü